Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem kurzen Abendgebet aus Maria Laach. Es ist schon ein krasser Anspruch, den Jesus an uns stellt, wenn er im Matthäus-Evangelium sagt, wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden beide in eine Grube fallen. Damit sagt er uns, du musst überzeugt sein, wenn du vom Glauben sprichst. Wenn du das Evangelium verkünden willst, musst du schon dran glauben, was du da verkündest. Menschen, die nicht glauben, was Jesus sagen, werden auch für Jesus keinen gewinnen können. Wie lebe ich meinen Glauben? Ist mein Glaube ansprechend gewesen? Lebe ich meine Überzeugung und lebe ich das, was ich von Jesus verstanden habe, so, dass andere mich darauf ansprechen und vielleicht sogar mitgerissen werden? Lasst uns diesen Tag mit einem kurzen Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, du ziehst uns an dich, damit wir Menschen für dich gewinnen und glaubwürdig und froh das leben, was wir vom Evangelium verstanden haben. Schenke uns heute die Ruhe der Nacht und erholsamen Schlaf, damit wir auch morgen da das von dir verkünden durch unser Leben, was du uns von dir mitgegeben hast. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Gott, Gott, Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020